Nachhaltigkeit ist umweltbewusst leben. Zu überlegen, was muss sein, was muss nicht sein, auf was kann ich verzichten, auf was kann ich nicht verzichten und was kann ich selbst dazu beitragen. Und da ist die PV-Anlage für uns die richtige Entscheidung gewesen. Nachhaltigkeit bedeutet eben für mich auch, meinen Strom umweltfreundlich selbst zu erzeugen, selbst zu benutzen und nicht unbedingt damit Geld zu verdienen. Die Beratung hat vornehmlich mein Mann gemacht. Der Kundenberater war sehr freundlich, der wusste auch gleich Bescheid, was wir brauchen, was wir benötigen. Immer mehr Hauseigentümer möchten umweltfreundlich ihren eigenen Strom produzieren und interessieren sich deshalb für eine Photovoltaikanlage. Dafür haben wir die passenden Lösungen, aber auch Produkte. Unsere Kunden erhalten ein Komplettangebot inklusive Installation und Inbetriebnahme. Unser Energiemanagementsystem HEMS ist natürlich auch mit dabei. Somit können sie ihren Eigenverbrauch noch besser an ihre Photovoltaikanlage anpassen. Die Errichtung der PV-Anlage ging relativ unkompliziert. Es ist zwar eine große Baumaßnahme, aber die Firmen sind darauf eingespielt und durch die Betreuung von NVAM geht das in einem Rutsch und in zwei Tagen ist das alles wieder erledigt. Zusätzlich zur Photovoltaikstation, um das Ganze weiter abzurunden, haben wir uns für die Ladebox, für E-Autos und für einen zusätzlichen Stromspeicher entschieden. Mit NVAM, mit der Installation, mit den ganzen Kontakten sind wir sehr zufrieden. Jetzt muss nur noch die Sonne ihren Beitrag leisten und kräftig scheinen.